Ja, hier wollte ich irgendwie nicht hin. Aber vielleicht ist es ja besser, dann muss ich mich nicht mehr durch die Stadt kämpfen. Oh, ich den Hafen nicht habe, ich verstehe. Ich verstehe, so war es nicht. Main-Story-Quest, ach so, ja, ich versuche die Story-Quest zu machen, aber, ja, na toll, dann gehe ich zurück. Bist du sicher in Limsaro Minza? Okay. Dann komme ich zurück. Wie du gehst essen? Ich bin jetzt extra zurückgekommen. Ich komme noch gerade. Nein, geh nicht, geh dahin, wo der Kristall ist. Ich bin da vor einem Kristall. Wo bist du? Hier ist es nicht so voll. Ja, okay, okay, doch, es wird voll, okay. Boden. Nein, ich sehe dich nicht. Ich suche. Ich suche. In Orange. Okay. Willst du denn irgendwie innen im Kreis oder stehst du mir abseits? wo ist das? Was? Ich darf ganz außen, okay. Da, ich habe dich. Ich habe dich. Hallo. Hallo. Wie du auch siehst. Wie geht das? Was? Aber ich habe doch schon zwei Freunde. Wie muss ich das machen? Ja. Wenn der Kanzler in der Testspielzeit ist diese Funktion aktiviert. Das ist ja kacke. Soll. Keine Freunde. Aber, aber können wir in die Gruppe? Das wird doch gehen, oder? Ne. Hä, ich kann dich nicht mal in die Gruppe einladen. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn? Ah, stimmt. Der zahlt doch. Okay. Okay. Soll ich denn hier bleiben? Ich bin dann mal weg. Auf Wiedersehen, Colette. Vielen Dank, wirst du schauen und helfen. Und einen erholsamen Abend wünsche ich dir noch. Also der Gruppe ist schon. Ja, ich finde auch. Okay. 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 Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss mit meiner Chris. Ich finde es auch schön, wenn mir das angezeigt werden würde. Wo. Wo das denn ist. Bocken docks. Das wird sich doch so an. Ah, da ist Luda. Luda ist wieder da. Ich bin grad fast weggeportet. Hallo. Willkommen zurück. Kann ich auch winken. Ich kann doch nicht winken. Wie geht das nochmal? Hier. So nicht. E-Mode geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Da. Oh Gott. Diese Steuerung. Und jetzt. Nein. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. So. Und jetzt kann ich wieder nicht. Oh. Drei Stunden zum Winken hier. Echt. Wo warst du so lange, Luda? Ich muss an einen sehr seltsamen Ort. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und ich kann niemanden in die Gruppe einladen. Ich wäre eingeschlafen. Hahaha. Okay. Sind heute alle so müde. Aber ich bin auch müde heute. Kein Problem. Ja. Ich muss. Kann ich das denn irgendwie zeigen, wo ich hin muss? Ich verstehe nicht, wie diese Karte funktioniert. Wirklich nicht. Ich bin durch ein gewisser wieder aufgewacht. Oh Gott. Okay. Aber ich kann ja auch die Quest, oder? Genau. So. Ich muss da hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ja. Also, Luna, ich würde mal zu diesen Trocken-Docs gehen. Und dann nochmal versuchen. Versuchen, in der Main Quest weiterzukommen. Wenn ich das schaffe. Ich weiß nicht. Ja, aber es gibt ja dann auch keine EP für Gegner, oder? Nur für den, die er als erstes draufhaut, oder wie ist das? Ach. Ach. Wie komme ich denn aus diesen Kartenvenüre aus? So. So. Und jetzt muss ich schauen, wie ich da hinkomme. Ich habe es gerade nicht geschafft. Ja, der, der als erstes drauf hat, der bekommt 100 Wurzeln. Genau. Das hat es ja gesagt. Und das ist halt ein bisschen dämlich. Ja. Wir wollten gerade eine Gruppe machen, aber wir sind Leute, die nicht zahlen. Und jetzt können wir nicht zusammen in die Gruppe. Habt ihr irgendwie Discord oder Teamspeak? Ja, wir sind eben im Discord gerade. Das ist auch das, was so hoch ist. Und jetzt muss ich... Aber ich glaube, ich habe es mir viel schwerer gemacht. Ich glaube, ich muss einfach nur hier durchlaufen, oder? Habe ich nicht gecheckt. Ich bin ja gerade voll runtergefallen, Luna, und voll gestorben. Weil ich nie checke, wo ich hin muss. Oh, was machen die? Duell. Ja. So. Hallo. Was guckst du mich so kritisch an? Beschuldigt mich ein Typ rum etwas. Ich würde vormachen. Achso, jetzt muss ich wieder. Wieder E-Mails. Ähm. Beschuldigen war das, glaube ich, ohne zu weisen. Wo war das wieder? Doch nicht. Das ist wieder nicht. Beschuldige. Jetzt reicht es mir, aber ich habe wirklich Wichtigeres zu tun als mich mit... ähm... für beim Grabbeinem Brust und da ist nicht... nicht weit wo Frins Müll oder seine Ladung abgeblieben ist. Yeah, Handschuhe! Wenn ihr wollt, könnte ich mich dazukommen... könnte ich mal dazukommen und euch helfen. Luna, könnt ihr uns ein bisschen helfen, wenn ihr wollen würdet? Äh... was jetzt? Okay. Muss ich... wie muss ich das dann schicken? Was ist das hier denn? Was geht hier denn? Achso, ich... ach... wieder auf jeden Fall. Nein! Achso, du regst mich, Luna! Okay. Ja, also wenn ich dazukommen darf. Kleine Info, bin. Ganz junge Mädchen. Also bin noch ein Junge und will nicht. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir haben kein Problem damit. Jeder, wie er möchte, würde ich sagen. Ja, siehst du, jetzt verstehst du mein Problem, oder? So, jetzt ist nämlich nichts mehr mit kurz hin und her laufen und porten und so, weil du checkst nicht, wo du hin musst, hier. So, was muss ich denn als nächstes machen? Ladung über Bord. Und da hin, okay. Das sieht hier mal nach einem einfachen Weg aus. Ich glaube, da mal hin, Luna. Oh, jetzt regnet sie. Also im Spiel regnet es jetzt hier. Das finde ich ja echt schön, dass sie das Wetter somit eingebunden haben. Regen und es wird auch tagend nackt. Das finde ich echt schön. Du suchst den Schiffsbauer Fyrill smith. Der erste Schiffsbauer Fyrill smith, der denkt sich solchen Namen aus. So, und jetzt? Hallo? Hallo? Moment, ich muss pegeln. Du bist ein bisschen laut. So. Hallo? 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 Stecken. Was kannst du nicht lesen? Luna, sag mal was. Okay. Ich glaube, es ist okay so. ok was wollte ich machen ladung überbord steuerrad der victory finden wieso ist hier diese riesen kippe die ist im weg wirklich muss hier immer ganz rumlaufen ok aber das ist doch kein festmacht ok das sehe ich ist das tatsächlich aber auch die karte ist das ja nirgendwo hey ich bin bei einer anderen place ich krieg hier schon wieder aussach wo ist eigentlich mein haustier das ist irgendwie immer weg wenn ich es brauche das ist ganz hinten das ist ganz hinten ok ich muss das noch mal ein bisschen weiter machen so und warum jetzt mache ich wieder nicht warum mache ich jetzt wieder nicht ach so weil ich nicht im fenster bin wieder in der schönen stadt da ich sehe hier so darf ich das jetzt einsammeln das wäre nett so die quiemen ja vergisst es also das mit den namen wird nichts mehr bei mir glaube ich die quiequieren die quiequieren eier dient ok alles klar ja echt ja ja dann muss ich jetzt immer oben gucken und auf der karte gucken oder ja 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 ja